Der Hisense 40A4EG. Dieser 40 Zoll Fernseher ist ein LED-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 101 Zoll und einer Full-HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Er ist ein Smart-TV mit dem Betriebssystem Vida U4, mit dem du auf Internetdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, DAZN und mehr zugreifen kannst. Der LED-Fernseher hat einen eingebauten Triple-Tuner mit DVB-C, DVB-T2 und DVB-S2 für den Empfang von Fernsehsendern. Der sogenannte Natural Color Enhancer wird die Farbwiedergabe optimieren, indem er selbst kleine Unterschiede im Eingangssignal erkennt und ausgleicht. Der integrierte Spielmodus erhöht die Siegeschancen in Spielen, indem er den Input-Lag, auch bekannt als Eingabeverzögerung, deutlich reduziert. Der TV hat eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz und bietet einen Upscaler für Inhalte mit niedrigerer Auflösung als Full-HD an.